Hallo und herzlich willkommen, hier ist Bardo mit BMZ Nummer 806 und den Themen Lauter, laute Mitbewohner, Captain Autohit und die dumme Masse. Kannst es hier zugunsten des BMZ gerne kürzen, falls es zu viel ist. Na, zu viel nicht notwendigerweise, aber so kann ich es auf eine Seite kürzen, da bin ich mal sehr glücklich drüber. Also, zur Situation. Ich habe hier während meines Auslandssemesters natürlich neue Leute kennengelernt und diese einen Abend zu mir eingeladen. Ich wohne in einem Haus mit fünf anderen Studenten und wir teilen uns eine Küche und zwei Bäder. Ich habe sieben Leute eingeladen, also waren wir insgesamt zu acht mit mir. Um 20.30 Uhr kamen meine Gäste und es war geplant, bis 22 Uhr bei mir vorzuglühen und danach nach Downtown mit einem Bus zu fahren. Ich habe auch leise Musik angehabt, aber die Stimmen von acht Leuten haben diese auch stark übertönt. Sicherlich kannst du dir denken, wohin es geht. Eine meiner Mitbewohnerinnen hat sich wegen der Lautstärke beschwert. Ihr Zimmer ist direkt neben der Küche und dementsprechend kann ich mir auch vorstellen, dass es in ihrem Zimmer deutlich zu hören war. Das war um 20.45 Uhr an einem Samstagabend, also 15 Minuten, nachdem alle da waren. Ich habe mich bei ihr entschuldigt, die Musik ausgemacht und allen gesagt, wir müssen etwas leiser sein. Aber wie das so bei einer Gruppe von Menschen ist, war der Lautstärkepegel nach zwei Minuten wieder genauso hoch wie vorher. Sie hat sich dann immer wieder bei mir über die Nachrichten, nee, über Nachrichten beschwert. Also sie hat ihr WhatsApp geschickt oder was? Sie sind nicht mal mehr rübergekommen, sondern Nachrichten geschickt aus dem Nebenraum. Was für ein Psychopath, ey. Und ich habe mich mehrfach entschuldigt. Klar, hilft ihr nicht viel. Und ihr gesagt, dass wir ja um 22 Uhr schon wieder weg sind. Unser Haus hat keine nennenswerte Geräusche oder Wärmeisolierung. So sind die amerikanischen Holzhäuser halt. Das Ganze ging so hin und her und schließlich hat sie dann um 21.30 Uhr, alter Vater, meine Vermieterin angerufen. Diese hat sich dann bei mir gemeldet und meinte, ich sollte das mit meiner Mitbewohnerin klären. Ja, natürlich, hätte ich auch gesagt, das Vermieter, macht das unter euch aus. Was seid ihr denn für den Kindergarten? Ich sagte ihr, dass wir in einer halben Stunde, vor allen Dingen das Blöde ist, im Zweifelsfalle kommt das sowieso auf eure gesamte WG negativ zurück, weil eure Vermieterin sicherlich keinen Bock hat, überhaupt irgendwelchen Streit zwischen euch zu schlichten. Geschweige denn ein, weil eure eigene WG sich quasi bei ihr meldet, dass sie zu laut ist. Ähm, gut. Ich sagte ihr, dass ihr in einer halben Stunde wechselt und dass es mir leid tut. Um 21.45 Uhr wurde ich dann wieder von ihr angerufen, dass meine Mitbewohnerin nicht locker lässt. Ach, Gottes Willen. Dann sind wir auch losgezogen Richtung Downzeit. Ruhezeit ist die in Amerika um 22 Uhr und es war Samstagabend. Ich hatte zu diesem Zeitpunkt zum zweiten Mal in zwei Monaten Freunde eingeladen. Ähm, okay. Einmal alle vier Wochen. Ist jetzt nicht extrem selten, aber auch nicht extrem häufig. Ähm, also es war eine eher seltene Aktion. Natürlich hat meine Mitbewohnerin auch ein Anrecht auf Ruhe, aber ich fand es schon sehr komisch, dass man nicht mal an einem Samstagabend etwas lauter sein kann. Ich denke, wenn man in eine WG zieht, muss man sich bewusst sein, dass man keine absolute Ruhe erwarten kann. Ich hoffe, ich konnte das Ganze gut darstellen. Bin gespannt auf deine Antwort. Vielen Dank nochmal für den BMZs und Porn. Schöne Grüße auch an die Tante und die kleinen Hunde. Ja, die sind im Moment im Urlaub. Ich habe wieder sturmfreie Bude. Ähm, also okay. Im Moment ist meine Einschätzung sowas von eindeutig. Die kann sich gehackt legen, die Olle, die Mitbewohnerin. Dass ich jetzt mal versuche, die alles zusammen zu kratzen, was ich zu ihren Gunsten zusammen kratzen kann. Ähm, die eine Sache ist, wenn jemand nicht Bescheid sagt, dass er Gäste bekommt, dann ist das nicht cool. Also ich meine, das kann man natürlich handeln, wie man möchte. Es gibt ja auch WGs, wo man sagt, mir ist das scheißegal, solange du jetzt nicht irgendwie 100 Gäste hast, die auf die Idee kommen, irgendwie Kongas zu spielen oder so kann ich damit leben. So im üblichen Sinne halt. Ähm, oder solange irgendwie keine ultra wilde Party gefeiert wird. Und bei anderen ist es halt so, da muss jeder einzelne Gast, der irgendwo mal kommt, persönlich angekündigt und vorgestellt werden, damit sie nicht sauer sind. Aber im Zweifelsfall würde ich halt sagen, wenn das eine typische WG ist, dann sagt man üblicherweise halt Bescheid, hey, heute Abend kommen ein paar Leute vorbei, wir machen uns von hier aus auf den Weg. Wir bleiben nicht hier und feiern eine wilde Party, wir sitzen nur hier, bevor wir dann uns abends, ja, ein bisschen später auf den Weg machen, denn kennen wir ja die coolen Kids, die kommen nicht vor, vermutlich nicht mal vor 0 Uhr oder so irgendwo an. Ähm, okay, also nicht Bescheid gesagt, wäre so ein kleiner Minuspunkt für dich, aber angesichts dessen, was da ansonsten passiert ist, auch nicht wirklich wild. Du wohnst da immerhin auch, das sind keine dauerhaften Gäste und du bist jetzt nicht irgendwie mitten um um drei Uhr nachts oder so besoffen mit einer Gruppe von zehn Leuten zum Nachglühen angekommen. Nee, es war ein Samstagabend und, ähm, ja, es war nicht besonders spät. Die andere Sache wäre die Frage, gibt es jetzt irgendeinen speziellen Grund, warum sie Ruhe braucht? Also jetzt nicht, weil sie krank ist oder so, weil auch da kann man meiner Meinung nach damit leben, dass sich im Nebenraum Leute unterhalten erst mal. Ich spreche da aus Erfahrung, ich bin auch ziemlich schwer krank und kann damit leben. Ähm, muss sie vielleicht arbeiten oder so? Hat sie Schichtdienst oder was? Da muss man sich natürlich fragen, wenn ich Schichtdienst habe, würde ich dann in eine Studenten-WG einziehen? Wäre ziemlich doof, aber kann das sein? Können wir da noch einen Punkt für sie zusammenkratzen? Und, ähm, falls das nicht der Fall ist, wird jetzt die Luft schon ziemlich dünn zu Ungunsten deiner Mitbewohnerin. Ähm, denn das alles, was du beschreibst, ist echt alles im erträglichen Rahmen. Ihr habt leise Musik an, ja, ihr habt ja nicht die, 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 die Boxen auf voller Lautstärke und seid am Karaoke singen oder so, alles Sachen, die mir auf den Sack gehen würden, wobei selbst dann, würde ich sagen, es ist ein Samstagabend und es ist noch nicht 10 Uhr. Auch damit kann man echt mal für die kurze Zeit leben. Wenn das, wenn das jetzt so gewesen wäre, dass ihr seit morgens, morgens 10 bis abends 10, selbst dann kann ich sagen, okay, dann ist es vielleicht nicht die 10 Uhr abends, die der nervige Faktor sind, sondern die Tatsache, dass das schon den ganzen Tag so geht. Habe ich ja auch noch ein bisschen Verständnis für. Ist auch nicht der Fall. Ne, du hast gesagt, die sind um kurz nach 8 angekommen und irgendwie kurz vor 10 kommen sie dann schon auf den Weg. Macht ihr euch schon auf den Weg. Also auch das nicht. So und jetzt geht mir komplett die Puste aus, was, was ich noch ihr zugute halten kann, um nicht zu sagen, sie hat echt ein bisschen eine an der Klatsche. Wie oft das Ganze passiert? Du hast gesagt, irgendwie zweimal in zwei Monaten. Du sagst, das ist nicht oft. Ich finde es ist aber auch nicht extrem selten. Also wenn du überlegst, du hast fünf Mitbewohner und das wäre ja, wenn, wenn jeder diesen Rhythmus einhält, an jedem Wochenende ein Dutzend Gäste da haben. Also es ist jetzt nicht extrem wenig. Es ist nicht extrem viel, aber es ist auch nicht ultra wenig. Ultra wenig wäre, wenn du gesagt hast, war das erste Mal in einem halben Jahr oder das erste Mal in einem Jahr, wo ich da wohne, dass ich irgendwie eine größere Anzahl von Gästen da hätte. Aber auch das ist jetzt nichts, wo ich sagen würde, darüber kann man sich jetzt besonders aufreden. Auch da gilt wieder, wenn du jeden Abend diese Gäste da hättest und die nächste Frage wäre halt, beschädigen sie oder beschmutzen sie irgendwas in einer Art und Weise, die du nicht in Ordnung bringst. Aber darum ging es ja nicht. Es ging ja nur um die Lautstärke. Sie hat sich ja nicht beschwert. Das Klo sieht aus wie Sau und wenn ihr dann nach draußen zieht oder wenn ihr Richtung Downtown zieht, dann macht das keiner sauber. Dann bleibt die Arbeit an mir hängen, wenn ich das Klo benutzen will oder so. Hat es ja nicht. Es ging nur um den Lärm und bei allem Verständnis dafür, dass ein Lärm nervt und auch bei allem Verständnis dafür, dass man in der WG Rücksicht nimmt, nimmt auf andere Mitbewohner. Aber man muss halt in der WG auch damit leben, dass jemand mal ein paar Gäste einlädt und in einem normalen Rahmen mit denen umgeht. Und das habt ihr ja. Wie gesagt, ihr habt nichts Wildes gemacht. Ihr habt nicht rumgetanzt. Ihr habt irgendwie nicht den Motorsägen Freestyle Sägewettbewerb gemacht. Ihr habt nicht Karaoke gesungen oder eure, keine Ahnung, irgendwie mit euren E-Gitarren rumgeschranzt oder weiß der Teufel was. Ihr habt in einem Raum gesessen und euch unterhalten. Und das für noch nicht mal zwei Stunden. Und wer dann seinen eigenen Vermieter anruft, um sich beziehungsweise seine Mitbewohner dort anzuschwärzen für etwas, was echt völlig normal ist, der hat ein bisschen was an der Klatsche. Würde ich aber mal gerne hören, wie sich das weiterentwickelt und was da noch irgendwie so im Argen liegt. Weil für mich klingt das irgendwie entweder nach so einer Vergeltung, so einer Racheaktion, weil du dich mal irgendwann beschwert hast oder irgendwas anderes, mit dir irgendwas anderes auf dem Schlips getreten bist oder so. Oder ansonsten würde ich mal gerne hören, was die restlichen Mitbewohner dazu zu sagen haben. Denn Heiligsblechle, wenn du da seit zwei Monaten wohnst und das so losgeht, ich weiß ja nicht, wie lange du da bist, ob nur ein Semester, wenn es nur ein Semester ist, dann geht's vermutlich. Aber, boah, ja, da hätte ich, glaube ich, nicht so den extremen Spaß dran. Hi, wollte auch mal etwas für die Balo-Meldezentrale dalassen. Eine Frage, eine Behauptungen und ein Depp des Tages, aber alles als getrennte Posts. Depp des Tages, ich, habe ich nur den Depp des Tages genommen? Achso, du hast drei unterschiedliche Posts gemacht. Ich habe den Depp des Tages genommen. Also, mein erster Charakter und toter Schurke auf Max-Level gebracht, war ein RL-Kumpel vom Raid-Leal. War ein RL-Kumpel der Raid-Leiter einer relativ guten Gilde auf meinem Server. Durch mehrere Zufälle haben sie den Black Temple Raid nicht vollbekommen und ich durfte mit meinem grünen-blau-equipten Schurken mit. Ich war zwar mehr tot als lebendig, mehr untot quasi auch, ne? Als lebendig habe ich aber ein fast komplettes T6-Set plus Schwert von der Mutter Shiva-ähnlicher und glaube, noch ein Trinket abgestaubt. Habe mich der Raid-Meinung angeschlossen, dass BT jetzt nichts, geil, mit Rotzke durchgezogen werden und erstmal einen auf dicken Macker machen, ne? Also, BT ist nichts Besonderes mehr, ne? Das habe ich auch gecleared. Das finde ich immer am besten, ne? Wenn Leute sagen, ich habe das gecleared. Herrlich. Kurz danach habe ich mich in meiner unendlichen Güte an der Gilde angeschlossen, die gerade mit Kara gestartet ist und habe da im TS gesagt, Meinung dann auch vehement vertreten. Haha. Und mich auch sonst elitär. Also, ich habe Black Temple längst clear, ne? Also, nicht umsonst habe ich hier, ne? T6-Equipment. Du hast T6-Equipment, aber noch grüne Ringe an? Äh, ja. Die sind bis, bis, also bis ich bessere bekomme. So, ähm, also unendliche Güte, elitär daneben benommen. Bis mich ein anderer Schurke dann im Raid fragte, warum ich keinen Finisher benutze und was ich denn mit den Combo-Punkten mache. Chirp, 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 chirp. Hallo, bist du noch da? Chirp, chirp. Meine Antwort, was sind Finisher und was für Combo-Dinger? Bis dahin habe ich immer nur Sinister Strike benutzt und bin im Damage nur gut gewesen wegen dem Gear aus Black Temple. Ähm, zum Glück war das eine wirklich tolle Gilde, die mir alles erklärt und mich trotz meines Verhaltens nicht gekickt hat. War da dann zehn Jahre in der Gilde, von denen viele auch heute noch RL-Freunde sind. Aber die Situation hat in den Jahren immer mal wieder für Gelächter gesorgt. Das glaube ich. Gott, das ist halt schon so Zeugenschutzprogramm fremdschämig ein bisschen, ne? Wunderbar. Wunderbar. Ich wüsste auch gar nicht, wie kommt man aus so einer Nummer raus eigentlich? Außer irgendwie den Charakter löschen. Und das ist, mir wäre das so peinlich gewesen, dass ich glaube, ich nah dran gewesen wäre, den Charakter zu löschen. Weil ich kann mir vorstellen, man fragt, was für Kombo-Dinger, irgendwer erklärt es dir. Und dann versuchst du dich irgendwie zu retten, wie, ja, ich habe irgendwie die deutsche Version. Ach ja, klar. Ich wusste jetzt nicht, was gemeint war. Und dann sagt dir einer, die heißen da auch Kombo-Punkte. Ja, die, äh, klar. Ja, nee, immer. Alle. Also habe ich alle immer benutzt. Hier, Bonuspunkte und so, ne? Payback. Nö, es läuft. Schön. Sehr schön. Eine Behauptung. Ein Mensch kann schlau sein. Eine größere Gruppe ist meistens dumm. Das liegt daran, dass die Leute meistens nicht auf den Schlauen hören, sondern auf die Stärksten. Was denkst du dazu? Also interessante These zunächst mal. Ähm, ich glaube, da könnte in Teilen was dran sein. Ähm, also, aber ich glaube nicht, dass eine große Gruppe meistens dumm ist, aber, also, sie entspricht meistens nicht dem schlauest Möglichen. Das ist ja das Ding, warum ich mich immer wieder mal gegen so, so diverse Votum-Varianten und Volksabstimmungen und sowas ähm, äh, äh, ausspreche, weil, äh, der Durchschnitt oft sehr, sehr gefährlich ist und vor allen Dingen, wenn der Durchschnitt sich eine Meinung bildet, von der er glaubt, dass sie eine, eine vernünftige, ähm, wohldurchdachte Meinung sei, was man sich natürlich auf Basis der eigenen Inkompetenz sehr häufig denkt. Und dann weiß der Teufel, welchen Unfug daraus folgert, ne? Ich habe gestern erst so einen Artikel gelesen, oder es ist nicht ein Artikel, es war ein Facebook-Post, es war ein verlinkter Facebook-Post auf Reddit, wo sich jemand beschwerte über eine, ähm, eine Lehrerin, die angeblich einen, ähm, also eine weiße Lehrerin, die angeblich einen schwarzen, ähm, geistig behinderten Schüler, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, misshandelt haben sollte oder soll. Und dann, dann hast du schon im Prinzip die Heugabeln und Fackeln im gesamten Thread gesehen und wo mit Gewalt gedroht und sonst was wurde und dann kam halt heraus, also angeblich habe sie dem, dem Kind gegen den Kopf getreten und dann kam halt heraus, dass es im Moment halt nur, nur Zeugenaussagen gibt, die das behaupten, dass der, diese, dieser Facebook-Post tat so, als wäre sie bereits, äh, quasi nicht bestraft worden und dass, das Verfahren wäre vorbei. Dem ist nicht so, das wird zur Zeit noch untersucht und, ähm, diese Zeugenaussagen, die, glaube ich, zumindest noch nicht polizeilich bestätigt sind, sagen halt, sie hat das Kind, weil es wohl mit einer Schere gespielt hat, mit dem Fuß von dieser Schere weggestupst, ne? Und dann musst du halt sagen, okay, das ist nicht optimal, aber es ist schon ein Unterschied, jemanden gegen den Kopf zu treten, wegen, was suggeriert wird, Hintergründen, die mutmaßlich unterirdisch sind, ne? Irgendwelche rassistischen oder weiß der Teufel was Hintergründe. Oder, ähm, ein Kind, der versucht, davon abzuhalten, sich mit etwas zu verletzen. Und jeder von uns kennt das, der zum Beispiel, ich vermute auch mal die meisten Leute, die Kinder haben, ich kenne es von meinen Hunden, ähm, ich schiebe meine Hunde häufiger mit dem Fuß zur Seite. Das ist nicht dasselbe, wie jemandem gegen den Kopf treten, ne? Und das war so ein Fall, wo ich mir wieder gedacht habe, das könnte man wieder als gutes Beispiel mal in so einem BMZ nehmen, wenn es darum geht, dass Leute sich die Meinung bilden, weil sie irgendwo irgendwas gelesen haben. Und jetzt stelle ich mir halt vor, dass diese Leute, ähm, über irgendetwas eine Entscheidung treffen. Ja, stelle mir vor, es gäbe so ein Abstimmungsgericht, was soll mit dieser Lehrerin passieren? Und auf Basis der wenigen Informationen glaubte ein Großteil der Leute in diesem Thread, die sind immerhin, ähm, die können immerhin lesen, das ist ja schon etwas, äh, genügend Informationen zu haben, um zu sagen, diese, diese Frau, die das gemacht hat, gehört, keine Ahnung was, gevierteilt und darf nie wieder einen Job bekommen und so weiter und so fort. Ja, so, ähm, das ist ein Teil. Ähm, ich bin mir halt nicht ganz sicher mit diesem, was du schreibst, die Stärksten, weil wir nicht mehr in so einer Zeit leben, wo, ähm, das Stärkste die größte Rolle spielt, ne? Auch die, ähm, selbst wenn man sehr Darwinistisch denkt, da sind wir heutzutage nicht mehr beim Überleben des Stärksten, sondern des Angepasstesten, war es aber eigentlich immer The Fittest. Mit Fittest war eigentlich immer der Angepassteste gemeint und nicht der, 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 der körperlich Stärkste oder nicht notwendigerweise der körperlich Stärkste. Und zu dem Angepasstesten oder im, im weitesten Sinne Fittest kann halt eben auch der, 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 der Überzeugendste oder und der Schlaueste zählen. Das Problem ist halt auch da wieder, dass der Schlaueste nicht zwingend der Überzeugendste ist, ne? Das merken wir an diesem, an diesem gesamten Feld des Populismus, wo Menschen halt in der Lage sind, ähm, extreme Begeisterung und Emotionen hervorzurufen, die, äh, überhaupt nicht auf Fakten beruhen müssen, ne? Ganz im Gegenteil, ganz im Gegenteil, wirklich komplett im Gegenteil, ne? Es ist sehr, sehr häufig so, dass man Emotionen dazu nutzt, ähm, nicht mal wirklich Leute von etwas zu überzeugen, aber Leute dazu zu bringen, etwas zu tun. Und das ist extrem problematisch, weil diese Emotionen und diese Emotionsschiene sehr, sehr gut funktionieren, ohne dass die Leute sich dessen bewusst sind, wie manipulativ das Ganze ist. Ein Beispiel habe ich gerade genannt, das ist genau so eine Situation, ne, wo man die Emotionen des, des, der hochkochenden Wut, des Ärgers und so weiter nutzt, um sich dann etwas zunutze zu machen und die Leute dazu zu bewegen, in einer bestimmten Art und Weise zu reagieren. In dem speziellen Fall, nur weil es irgendwie Clickbait ist, also man schreibt halt in den News und möchte, dass viele Leute das lesen und, und, und wahrnehmen und weiterleiten, aber das ist ja noch die harmlose Variante, ne? In anderen Fällen wird ein ganz, ganz ähnliches Verhalten und eine ganz, ganz ähnliche Logik und, 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 ja, Erzählstruktur angewendet, um zum Beispiel Menschen zu dämonisieren und damit dann die, die weniger Nachdenkenden auf seine Seite zu bringen und gegen andere Menschen aufzubringen. Also, äh, ich, ich glaube, es ist ein bisschen was Wahres dran an dem Satz. Ich glaube, mh, es ist schwer zu sagen. Eine große Gruppe ist meistens dumm. Hm. Ich glaube, nicht zwingend in dem Maß, aber es kann vorkommen. Ja, es kann durchaus vorkommen. Und, ähm, ob es daran liegt, dass die Leute nicht nur auf die Schlauen hören, sondern auf die Stärksten. Wenn wir Stärkste umdefinieren als, äh, ja, unter anderem Gewitzteste oder Gewiefteste, Abgezockteste oder so, dann glaube ich, ist viel, viel dran. So, war nur ein, ein kurzer Satz, aber eigentlich eine, eine interessante Sache, um mal drüber nachzudenken. So, das soll es gewesen sein für heute. Ich wünsche euch weiterhin einen frohen, heiligen Abend. Einen schönen, heiligen Abend. Wenn alles klappt, ist, äh, irgendwann im Laufe des Abends mein Stream mal wieder an. Ich hab's mir fest vorgenommen. Ich hab einiges vorbereitet in den letzten Tagen dafür, hab mir richtig Mühe gegeben. Was heißt Mühe gegeben? Das klingt ja so, als hätte ich da irgendwie, äh, stundenlang irgendwie auf dem, äh, in der Kälte gesessen, irgendwas gehäkelt. Aber egal. Gucken wir mal. In diesem Sinne, tschüss sagt euer Onkel Bale und schickt mir weiterhin so viele interessante Fragen, wie in den letzten Tagen, Wochen und Monaten. Ich brauch die immer. Macht es gut und tschüss. 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 Tschüss.